Guten Morgen, Tag 6, Halbzeit schon vorbei, der Tschechien-Tour. Wen trifft man in Tschechien? In Jarek. Heute ist von Moldau-Stauseen nach Aschach an der Donau steht am Plan. Ich freue mich. Die Staumauer, die man da sieht, über die werden wir gleich rüberfahren, dann sind wir auf der anderen Seite. Die Grenze, jetzt geht es wieder zurück nach Österreich. Musik Das schaut doch nicht schlecht aus. Schaut eher zu aus. Die wollen uns nicht. Kein Bier für uns. Das ist die Aviva Alm. Nett ist es da. Nur am Montag braucht man nicht herkommen. Ja. Musik 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 Das ist jetzt die Besichtigung von so einem Kleinkraftwerk. Da gibt es auch einen Sprungturm. Sogar mit Ungleidekabine. Wenn man dann da rauf geht. Klammer. Jetzt vom Kraftwerk. Und reinhupfen. Cool. Das Wasser schaut nicht sehr einladend aus. Eher braun. Aber gut. Vielleicht eine Frischung zumindest. Musik 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 Der typische Baum. Musik 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 So, Rad Nr. 2 Das geht! Alles geht! Das geht! Bis zum nächsten Mal. Wow. Fühlt uns an, ey. Oben so sieht's vom Wasser mit Zug oder... ...fesch. Das ist eine coole Location. Ja, da kannst du alles machen. Quasi, kein Café. Die Krönung wäre natürlich gewesen, wenn wir da jetzt ein Bier bekommen hätten, aber da spielt's nicht. Da oben gibt's halt einen ersten Stock. Die Tür führt ins Nix. Ah, der ist ja doch. Das ist ja doch. Ja, die Tür antes. Der ist ja doch. Und dann? Ja, da ist ja doch. Musik 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 Musik